Lähmend wie die Last, auf meiner Schulter türmt, die Wände bringt der Druck, der mit mir nach vorne stürmt. Variabel in der Zeit, bis der rechte Schwung gelingt. Ich weiß, ich lande leicht, weil ich ein Gewinner bin. Herr Lorenz, 1 zu 1 gegen den 1. FC Köln. Wenn Ihnen den Punkt vorher jemand angeboten hätte, hätten Sie den mitgenommen? Ja, ich denke, aufgrund der Konstellation momentan, galt es einfach, die Serie weiter fortzusetzen, um geschlagen zu bleiben. Natürlich gegen so eine spielstarke Mannschaft wie den 1. FC Köln, die auch völlig zu Recht herumsteht, hat man heute auch gesehen. Mit so einem Freischuss dann noch den Dreier abzugeben, natürlich ärgerlich, aber man muss wirklich neidlos anerkennen. Köln, sehr gute Truppe, mehr Ballbesitz gehabt, spielerisch wesentlich stärker als wir. Wir haben uns aber gequält. Von der Seite denke ich schon, dass es im Grunde genommen so in Ordnung ist. Sie haben selbst allerdings wenig klare Chancen zugelassen. Was hat Ihre Mannschaft dementsprechend besonders gut gemacht gegen so eine spielstarke Mannschaft? Für uns ist es jetzt die zweite englische Woche für so eine Mannschaft wie wir, die noch arbeiten geht, die nur abends trainiert. Ich bin kein fremden Freund von Ausreden, aber aufgrund der Wetterlage kam natürlich erschwerend dazu, wenn man schon ein bisschen müde ist. Deswegen Hut ab, Kompliment an die Truppe, wie sie sich gequält hat, wie sie defensiv gearbeitet hat, wie sie immer wieder versucht hat, das Bein vorzukriegen. Hat alles in die Waagschale geworfen. Das zeichnet uns aus. Daran haben wir gearbeitet, an den Grundtugenden für einen Aufsteiger. Das ist aber selbstverständlich. Klar wäre es schön gewesen, wenn wir ein bisschen mehr Entlastung bekommen haben, ist momentan nicht ganz möglich. Daran werden wir weiter arbeiten und deswegen ist das in Ordnung. Herr Wagner, herzlichen Glückwunsch zu einem 1 zu 1 gegen den 1. FC Köln. Ist das ein Punkt, über den man sich freuen kann oder wäre mehr möglich gewesen? Mehr möglich wäre sicherlich gewesen, aber am Ende ist es definitiv ein verdientes Unentschieden. Ich glaube, wenn man 35-40% Ballbesitz hatte, in der 2. Halbzeit war es dann fast ausgeglichen, auch wenn Köln immer noch ein bisschen mehr Ballbesitz hatte. Aber ich glaube, wir hatten die wesentlich klare Torschance. Ich glaube, wir hatten vier, drei, vier klare Dinge und machen daraus leider nur einen. Nicht mal aus der größten Chance. Und Köln habe ich jetzt viele Halbchancen gesehen. Also sie haben natürlich unheimlich oft vom 16er geschossen. Da kann auch mal einer wackeln und der Freistoß war ja dann am Ende ein Standard, der dann das Tor bringt. Bei Köln habe ich gar keine klare Torschance gezählt. So, jetzt alleine auf dem Tor war zu, aber sie hatten halt vier der Halbchancen und so. Das denke ich, ist es okay. Ein Ausblick auf die kommenden Spiele. Was kann dieser Punkt wert sein? Für uns ist jeder Punkt, wenn wir jedes Spiel noch einen Punkt holen, dann haben wir am Ende den Klassen halt. Nein, das ist natürlich müßig. Ich hätte jetzt lieber vielleicht zweimal verloren und dann dafür zweimal gewonnen. Dann hast du dann zwei Punkte mehr am Ende in der Rechnung. Wir sind aber sieben Spiele ungeschlagen, das ist gut. Es ist natürlich schade, dass wir ein Freistoß gegen Tor kriegen, aber ein Punkt ist ein Punkt. Das ist ein Punkt. Das ist ein Punkt. Das ist ein Punkt. Das ist ein Punkt.